Bundbox, das sind Geschenkschachteln in deinen Lieblingsfarben. 100% recycelt, voll defäbter Karton. Die Bundbox, die gibt es in 24 verschiedenen Farben für über 500 verschiedene Farbkombinationen und ganz einfach zusammenzufalten. Ich kann das mal zeigen. Oberteil und Unterteil werden getrennt gekauft und deswegen kann man die Farben ganz schön mischen. In dem Fall haben wir jetzt eine Latte Macchiato Mischung, aber man kann natürlich auch andere Mischungen nehmen, so wie es einem gefällt. Einfaches Plain Design, minimalistisch, ohne großen Schnickschnack und gute, schöne Papierqualität. Wir können auch die Bundboxen bedrucken, zum Beispiel mit Themen für Geburtstag, Weihnachten oder andere Anlässe. Und ganz besonders gilt auch noch die Prägung, das heißt hier zum Beispiel mit einer Goldprägung für ein Geschenk, aber auch für Logos, sehr gut geeignet für Papierliebhaber. Was ganz Besonderes.